Ja, das kennen wir von den Peanuts, aber auch aus meinem Beiträgen, wenn ich so viel laber und mit dem Hyundai Bayonne fertig bin, dann hast du genau das an deinem Ohr. Schöne Frikadelle, ich bin Dien und ihr Kökawa. Tja, das mit der Frikadelle habt ihr noch verstanden, aber wer jetzt gesagt hat, was redet der eigentlich von redenden Erdnüsse? Das ist nicht die Erdnüsse der Redens, sondern die Lehrer, ne? Achtung, guckst du hier. Aber li rum larum, wir wollen uns heute beschäftigen, wie gesagt, mit dem Hyundai Bayonne. Und der kostet in der Basis 16.790 Euro. Wow, was da denn los? Hört sich günstig an, aber Achtung hier, deine Alternativen. Pass auf, es gibt nämlich noch eine günstigere Variante, den Dacia Sandero Stepway ab 11.900 Euro. Nicht ganz preisidentisch, aber zumindest in der Nähe am Nuckeln, VW T-Cross ab 19.870 Euro. Und dennoch mal deutlich drüber, dafür aber auch sehr individuell, ein DS-Crossback ab 24.790 Euro. Unser Onkel hier, der Hyundai Bayonne, Achtung, 1.0 TGDI Prime. Prime ist die Ausstellungslinie, kostet hier, so wie er steht, der Testwagen, Achtung, 27.640 Euro. Boah, ne? Wir wollen natürlich wissen, ob er sein Geldwert ist und wir wollen auch wissen, pass auf, muss man überlegen, Prime, die Ausstellungslinie und die ganzen Extras hier drin sind, das sind noch mal rund 70% Aufpreis zu der Basis und wir wollen auch rausfinden, brauchst du den ganzen Scheiß eigentlich, ne? Und dazu kannst du erstmal schön das Design angucken und dann machen wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Tja, mein eigener Eindruck vom Design ist, ich finde das Auto, die Front finde ich irgendwie ganz niedlich, haben sie gut gemacht, das ist auch das typische Hyundai-Gesicht, erkennt man sofort auch mit den Schlitzaugen, haben sie gut gemacht, die Koreaner, aber ab der B-Säule wird das Auto für mich irgendwie ein bisschen ungelenkt, das ist so meine Meinung, aber man muss ja nicht teilen. So, auf der Rückbank vom Hyundai Bajon, was ist da los? Erstmal bin ich da los, das kannst du wohl genau wissen und was du schon mal scheiße findest hier hinten, ist hier eine saubere Vertaschung, aber wieso nur auf der Seite und nicht hier, wie ungerecht soll das denn sein? Finde ich blöd und vor allem, ich soll einfach nur einen Schnitt mit dem Messer machen und fertig ist die Kiste. Dann haben wir hier was noch, du hast Kniefreiheit, das finde ich okay, es sieht zwar hier mit der Hand jetzt nicht so viel aus, aber du fühlst dich relativ gut, guck mal hier und du kannst auch mit den Füßchen, Petschenfüßchen da gut unter den Sitz drunter, dann hast du hier noch eine kleine Verschalung und darunter USB-C klassisch und was mir richtig gut gefällt an diesem Auto ist, dass du halt einigermaßen okay sitzt, die Polsterung, die ist nicht zu hart, die ist nicht zu weich und vor allen Dingen, guck mal hier, dieses Rundumgefühl, hier habe ich eine schöne hohe Sichtkante, die ist mir nicht in der Fresse drin und ich habe ein weites Fenster bis nach hinten und hier, guck mal, da habe ich auch noch mal hier so ein kleines Sichtfenster, was das alles sehr, sehr luftig macht und deswegen ist Rückbank für mich mal einfach ganz okay. Und was nicht nur okay, sondern richtig geil ist, jetzt guck mal hier, ich habe hier zweistufig Sitzheizung auf der rechten und linken Seite, mitten neben dem Fensterheber, genauso wie ich das so habe, ein Auto dieser Klasse, das ist der Hammer. So, wir schauen uns bei laufendem Motor jetzt mal den Innenraum des Hyundai Bayon an, hier, guck mal gucken, übrigens laufender Motor, weil es hier unfassbar heiß gerade ist, wir haben gefühlte 8.000 Grad und deswegen müssen wir schön mit der Klimaanlage, Entschuldigung, Entschuldigung, am Freitag werden die ganzen Jugendlichen schimpfen, aber mal ein bisschen durchlüften, ansonsten mit meinem Fettsuit hast du hier nur noch einen nassen Fleck auf dem Sitz. Also, pass auf, was können wir denn hier zur Optik, also Optik und Optik sagen? Als allererstes finde ich mal, Optik finde ich schwierig, in so einem kleinen reduzierten Auto will ich auch eine kleine reduzierte Optik haben, hier haben sie einen Ticken übertrieben, wie ich meine, weil wenn du hier zum Beispiel mal diese ganzen Lamellen hier anguckst, ja, da haben sie die Lüftung mit aufgenommen, aber das braucht doch keine Sau hier und auch da das alles, finde ich einen Ticken zu viel, aber letztendlich ist das ja etwas, was ihr selbst entscheiden sollt, müsst ihr meine Meinung ja nicht aufnehmen. Warum wir aber nicht drüber streiten können, sind hier die Materialien. Guck mal hier, hart, 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 hier ist so ein ganz, ganz dünnes Mückenleder aufgebracht und überhaupt, aus welchen Insektenhunden sind so ein Mückenleder überhaupt draus, ne? Ja, Mücken natürlich. Und dann hier oben, alles, alles harte Materialien und da muss ich auch wieder sagen, ja, der Einstiegspreis, der ist günstig, aber mit den ganzen Extras erwarte ich mir auch vielleicht eine Option mit anderen Materialien. Materialien, auch so das nächste Stichwort hier bei den Sitzen, Alter, was ist denn da los, bitte? Guck mal hier, zwei Sachen habe ich dazu erzählt. Einmal, es fässt sich so an, wie sich kratzende Fingernägeln auf einer Tafel anhören, ne? Unglaublich. Und dann vom Aussehen her sieht man das hier, guck mal, so sieht man es, das sieht aus wie so ein Sandmantel, der über Tausende von Jahren abgenutzt wurde. Also Graf Dracula, ihm seinen Mantel haben sie ja eingearbeitet und weil es nicht so gut aussieht, wollen wir uns lieber darum kümmern, was haben wir hier für Ablageflächers? Starten wir mal hier in die Tür im Klassiker, da hast du ein Ablageflach, da hast du ein Ablageflach und du hast auch hier dein, guck mal, das ist gar nicht mehr so unüppig, ne? Ja, hast du eben auch noch dein Handschuhfach, wissen wir alles irgendwie, aber viel wichtiger, guck mal, hier hast du schön einen Induktionsladeherd, wo du dein Handy irgendwie schön warm machen kannst und da drüber, wenn du da keinen Bock drauf hast, machst du mal lieber schön USB-Anschluss und 12 Volt hast du auch nochmal, ne? Dann hast du hier deine beiden Cup-Holders, ne? Aber da muss man auch sagen, der Kleine, der Große, keine gummierte Matte und denn hier alles nur hart, hast du dir keine Wangen, was soll denn das, wenn ich so viel Aufpreis zahlen soll, ne? Und dann hast du hier nochmal deine Mittelkonsole schön, die ist nochmal verschiebbar, das finde ich ja immer gut, ne? Und darunter hast du dann auch nochmal ein schönes Fach mit hier dem Dackel-Wackel-Falz-Filz drin, ne? Was soll denn das ja immer? Mach doch dann mal eine schöne gummierte Matte rein, kannst du auch sauer machen, ne? Weiß man doch heutzutage. So, guck mal, wie immer in dieser Stelle schön, guck mal, wie meine Beine, als ob die hier gebrochen drin liegen würden. Immer wieder diese Ablenkungsgeschichten, also pass auf, wir haben hier schön ein Multifunktionslenkrad, das sollst du auch immer schön in Serie hier mit diesem Kraftfahrzeug bekommen und ich finde das optisch schön ansprechend. Warum? Weil es so schön reduziert ist. Reduziert ist auch geil und trotzdem hast du hier all deine Knöpfe, die du brauchst, guck mal hier schön und nicht irgendwie mit Klarlack und sowas, das ist ja Augenkrebs von Chris oder hier mit irgendwelchen komischen Chromspangen. So wird das doch gemacht, Freunde. Und dann ist es auch noch gemacht, hier schön in herrlichem Lay, hier mit der schönen Ziernetel und alles dabei und es ist auch beheizbar, aber Achtung, das kostet schön auf Preis, beziehungsweise du musst das richtige Paket dir auswählen und wir haben es natürlich, wir haben Prime, schöne dicke Ausstattungslinie und dann kriegst du es einfach mal mit. Was du auch mitbekommst, ist hier eigentlich ein klassisches Rundinstrumenten-Digital, Rundinstrumenten-Cockpit, also quasi Tachoeinheit. Hier haben wir 10,25 Zoll digital, das ist dann auch wieder nicht Serie. Serie wären dann wie eben, was ich gesagt habe, die analogen Runde, aber mit einem kleinen, kleinen Monitor in der Mitte, ein kleines Muisekino von Dreck. Toll! Haben wir aber gar nicht und deswegen reden wir lieber hier über den Onkel. Der Onkel, der kann was, kannst ein bisschen, der irgendwie noch ein bisschen rumspielen, was du natürlich auf jeden Fall ganz cool hast, wenn du hier auf deine Drive Mode gehst, Imsen hier, dann hast du, kennen wir aber auch von Hyundai, die klassischen Hyundai digitalen Springgeschichten, Eko, Komfort, guck mal, Komfort erinnert mich in jedem Hyundai immer an Maibach. Ich weiß, ich habe einen an der Marmel, aber ist einfach so und dann Sport hier auch nochmal. Also ein bisschen was hast du da irgendwie als Mäusekino nicht, sondern als richtiges Kino und das andere Kino. Das gucken wir uns jetzt an. Tja, was kann er jetzt hier, der Onkel? Er kann das, was man heutzutage eben können muss. Aber eins finde ich ganz geil, du hast hier schön nochmal einen Knopf für Lautstärke und auch für Stumm oder ganz ausmachen, will ich haben. Dann hast du hier deine kleinen Touchgeschichten, wo du mit so in die Menüs reingehen kannst. Guck mal, ich gehe mal hier auf Navigation und es gibt keinen Home-Button, finde ich immer bescheuert. Auch im Ioniq 5, hier oben haben wir irgendwie das Video zu, das Review, da kannst du mal reinklicken, hat er auch nicht. Aber du musst mal sagen, du kannst ja hier relativ gut, wo ist er denn jetzt hier? Da wollte ich hin, da ist der Home-Button oben und dann kannst du hier überall durch. Was, und das reagiert auch schnell, wie man sieht. Ich muss ja in die Tiefe gehen, viel geiler will ich erzählen, dass, Achtung, in der Serie, da bekommst du 8 Zoll und da kannst du dich wireless mit deinem Kabel verbinden. Hier, 10,25 Zoll ist das große, da geht das nicht. Wie ist da denn los? Ansonsten wollen wir uns aber jetzt eben mit einem Kabel verbinden, um uns gemeinsam hier das da unten anzuhören. Wo sehe ich es denn? Wo sehe ich es denn? Da oben sehe ich es. Ne, da sehe ich es auch nicht. Wo sehe ich es denn? Hier pass' auch mal hier, da. Die Bose-Soundanlage. So, guck mal, ich habe mittlerweile hier mein App für CarPlay angeschlossen und dann sehe ich was, was ich meistens immer richtig scheiße finde. Und zwar, wieso nutzen sie nicht den kompletten Bildschirm hier? Ne, finde ich einfach doof. Du kannst natürlich auch hier so machen, so machen und dann hier irgendwelche Sachen rein spielen. Aber du willst es doch über die gesamte Größe abspielen können. Ganz egal, ich habe es angeschlossen, um euch zu sagen, ich muss hier wirklich ein Kabel verbinden. Da und um ein Lied anzuspielen für euch, um eine Soundanlage mit abzutesten. Und das habe ich hier schon vorbereitet. Achtung! Schön, ne? Das ist ein richtig geiles Lied, oder was? Aber es geht ja gleich los, pass auf! Schon aus wie eine GEMA hier. Pass auf, ich gehe hier nochmal rein, um euch zu zeigen, was du machen kannst. Wenn ich hier in das Setup hineingehe, dann habe ich hier die Möglichkeit in eine Audio-Geschichte. Das ist spiegelverkehrt hier auf dem Bildschirm. Und dann habe ich hier Equalizer und sowas alles. Aber das ist sehr reduziert. Da hast du es. Guck mal, ein bisschen eingestellt haben wir schon. Ich gehe mal zurück auf Home, dann gehe ich zurück auf Apfel CarPlay und dann erzähle ich weiter. Also wir haben hier drin das Bose Premium Sound-System. Das hat ein Zapfo mit dabei. Die sagen aber zur Sicherheit erstmal gar nicht, wie viele Boxen da drin sind. Nachzählen kann ich nicht, weil die alle schön wegversteckt sind. Und wir haben einen Preis von 1.400 Euro. 1.480 Euro Mark dafür. Und dann sagst du, was? So viel? Ja, aber das ist quasi der gesamte Paketpreis der Navigation. Navigationspaketpreis ist 1.480 Euro. Und da ist eben dieses Sound-System drin. Ich spiele nochmal an, um dann letztendlich mit euch über den Sound-System zu sprechen. Ich bin im vollen Anschlag und ich muss sagen, das ist schon ganz okay. Dafür, dass Bose dran steht, finde ich es wieder ein bisschen. Da habe ich schon geilere Dinger gehört. Aber letztendlich, deine Bässe sind satt genug, sind voluminös. Aber man merkt, sie sind hier in das Fahrzeug nicht 100% geil eingebracht, weil es scheppert so ein bisschen. Ganz kleines bisschen, wenn du in einer vollen Ausschlagsumme bist. Auch die Höhen finde ich nicht ganz sauber. Einen Ticken kratzen sie nicht doll, aber ganz ein bisschen, wenn du genau hinhörst. Hätte ich mir anders gewünscht. Ansonsten ist das Ding eine runde Nummer. Und wie rund das Fahren ist, das wollen wir jetzt gemeinsam herausfinden. Aber vorher musst du noch wissen, dieses Lied, was wir eben abgespielt haben. Born on the Bayou von CCR. Übrigens hier, kleiner Geheimtipp, das Lieblingsbändchen vom Dude. Delbowski, weißt du genau. So, was haben wir denn hier für einen kleinen, 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 kleinen Motor? Und hier aus einem Überraschungsei haben sie ihn rausgeholt. Ein 1-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner. Und der leistet 120 PS und hat ein maximales Drehmoment von 172 Newtonmeter. Das liegt schon bei 1500 Umdrehungen an. Kannst mal gucken. Und so hast du denn eine Maximalgeschwindigkeit von 185 kmh. Das traut man dem Auto gar nicht zu. Fühlt sich auch ab und zu ein bisschen wackelig an, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist. Mit der maximalen Höchstgeschwindigkeit. Aber was ganz witzig ist, ist, dass du in 10,4 Sekunden auf 100 bist. Das dauert mal richtig lange. Und das fühlt sich im Auto auch richtig lange an. Aber dafür hast du dann auch nur einen Verbrauch von 5,5 Litern. Super auf 100 Kilometer. Ich habe hier in meiner Tankuhr gerade stehen. Durchschnittsverbrauch von 5,9 Litern. Und woran liegt das? Weil ich hier die ganze Zeit schön im Achtung... ...Support-Modus unterwegs bin. Und wie sich das Auto fährt, agil oder nicht so. Überhaupt fährt es sich. Das sehen wir ja. Da wollen wir jetzt mal kurz gucken. Und wo wollen wir irgendwie hin? Wir wollen wissen, wie fährt sich das Auto. Ja, das ansprechen wir halt vom Motor. Also ich bin ja, habe ich gerade gesagt, in Sport. Wir haben ja Unterschiede Fahrmodi, da komme ich gleich drauf zu. Und wenn du in Sport bist und dann mal so drauf trittst, es ist ein 13. Dann kommt er so langsam irgendwie richtig gut rum. Wenn du bei so 5.000 Umdrehungen bist. 3.000, 4.000. Da geht das irgendwie so ein bisschen los. Wo du meinst, aha, du musst aber doch echt zornig schalten. Und Schalt ist auch schon genau das Stichwort. Wir haben hier eine 6-Gang-Handschaltaumatik, wollte ich gerade sagen. Ist ja automatisch, wenn ich mit der Hand schalte. Also wir haben einen 6-Gang-Handschalter. Und da möchte ich meinen, dass die Schaltwege irgendwie so ein Brei in der Mitte sind. Sie sind nicht zu lang, das muss man sagen. Aber sie sind auch nicht kurz genug. Ich will das ein bisschen knackiger haben. Es ist kein Sportauto. Aber ich habe einen Sportmodus an und ich habe ein bisschen sportlicher fahren. Und das ist so ein bisschen Astronautennahrung. Also Babybrei, sondern Haferschleim ist es nicht. Es ist aber auch nicht ein richtig geiles Steak oder eine schöne Aubergine hier auf dem Grill. Sondern es ist eine Astronautennahrung, die dich genau mit dem versorgt, was du brauchst. Schmeckt nur ab und zu nicht ganz so gut. Die Lenkung, die ist sehr mechanisch noch mal unterstützt. Und da muss ich sagen, das ist schon, wenn du hier im Sportmodus bist, ist sie noch mal ein bisschen angezogen, gibt mir ein bisschen bessere Rückmeldungen. Ist eigentlich auch ein Ticken direkt für so eine Art Auto. Jetzt ist aber auch folgendes, wenn ich jetzt hier aus dem Drive-Mode rausgehe. Wir haben Eco, Komfort, was eigentlich normal ist. Und dann wieder den Sport. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann merkst du Komfort. Haha, sie ist schön weich geworden. Das heißt, wenn ich hier so ein bisschen so ab 11 Uhr darf, fängt sie an einzulenken. Und hier 12 Uhr, da kommt sie auch schön mit. Vorher geht es halt schon ein Ticken früher. Und das finde ich, ist gut, weil das Auto sich dementsprechend anpasst. Was sich nicht anpasst, ist das Fahrwerk. Was ist da denn los? Weil wir einfach nur reguläre Stahlfehlern drin haben. Das ist nichts mit Verstellmöglichkeiten. Und das würde ich mir dem Auto wünschen. Weil Achtung, hier ist gerade nichts. Ich fahre mal in den Gegenverkehr, weil da haben wir richtig scheiße auf der Straße rumliegen hier. Jetzt kommt nichts. Es gibt keine Kamera gar nichts an, sonst schüttelt das immer. Jetzt hält dir der Kameramann das Ding fest. Sollst du doch nicht. Das ist doch unser quasi hier, na, unsere, wie heißt das denn gleich? Sag es doch. Es ist unsere Messeinheit hier, die Wackelkamera. So, aber es scheppert jetzt Achtung gleich mal ganz geil. Und da merkst du, komfortabel ist in dem Auto nicht so. Obwohl grundsätzlich finde ich, sitzt du relativ gemütlich. Du hast eine schöne Rundumsicht, du hast eine schöne hohe Sitzposition für dieses Auto. Und ich finde, die Sitze geben dir auch einen schönen Seitenhalt und aber auch einen schönen Restkomfort. Dass du sagst, hier geil, Restkomfort. Du hast einen vernünftigen Komfort, dass du sagst, du kannst ja auch ein bisschen länger durch die Gegend fahren. Was mir halt eben sonst noch ganz gut gefällt und eben nicht so gut gefällt an dem Auto, das sollst du genau jetzt erfahren, nämlich die Geräuschstämmung. Die finde ich mit dem Auto nicht so gut. Aber was mir noch nicht gefallen hat, das seht ihr in den Tops und Flops und schon geht es los. Was ist da mit diesem großen Display los? Für mich ein absoluter Flop. Wir haben das große Navi und du brauchst ein Kabel für Wireless Carplay. Bei dem kleinen, ne, 8 Zoll, sagt Hyundai, aber da können wir das. Was soll denn das? Wie bescheuert ist das denn? Ein absoluter Flop. Rengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdeng. Für mich ein Top ist die Zwischengasfunktion im Sportmodus, aber dann ein Flop. Achtung, hier. Kupplung treten, um das Auto zu halten reicht nicht. Du musst in neutral gehen. Wie doof ist das denn bitte? Für mich ein herrlicher kleiner Top ist dieser kleine kleine 3 Zylinder, ne? Warum? Weil in der Stadt, wenn du so zwischen 20 und 50 fährst, dann ist er richtig spritzig und agil. Wenn du drüber gehst, dann wird's ein bisschen stinkig, ne? Aber sonst finde ich den richtig super. Für mich ein Unding, also ein Flop, ist dieses hier durchgehende Leuchtenband. Leuchtenband, also nur vermeintlich ein Leuchtenband, das kann gar nicht leuchten, reflektiert nur und das bei der Aufpreisliste geht nicht. Finde ich ein Top sind diese Sitze, warum? Weil sie mir den Komfort geben, den ich brauche und guck mal hier, diese geile Verschalung, ne? Das gibt ja auch noch Seiten halt, ich finde die sind riesig, super die Dinger. So, gucken wir mal nach einem Fazit hin, für den Hyundai Bayonne als 1 Liter TGDI in der Prime-Ausstattung, Prime-Ausstattung ganz, ganz wichtig, weil wir aber auch gleich darauf eingehen. Also, als allererstes, was finde ich, was halte ich vor dem Auto? Also, ich finde, designtechnisch tut es niemandem weh, das Fahren tut niemandem weh, das Sitzen tut niemandem weh, das Auto tut einfach niemandem weh, aber ist es sein Geld wert? Ja, es ist sein Geld wert, aber nur in der Basis, wie ich meine, ne? Denn für rund 17.000 Euro sagst du, geile Nummer, aber Achtung, und das war die zweite Frage, die beantwortet, ist denn überhaupt das das wert, wenn du fast 28.000 Euro für so eine Testwagenkiste hinstellst? Ich sage, nein, auf keinen Fall. Diese ganzen Extras, die brauchst du nicht wirklich. Ich bin sowieso ein Autofan in reduzierter Form, ne? Vier Reifen dran, Lenkrad dran, fertig, und los geht die Schisse. Kisse, Kisse, wollte ich sagen. So, und wenn du aber trotzdem sagst, du willst schöne Extras haben, dann gehst du wohl hin, schön nach dem Karbau hin, dann gehst du auf karbau.de und sagst, ha, dieses Kraftfahrzeug, dieses Kraftfahrzeug und jenes, das kommt auch für mich in Frage. Und kannst denn transparent deine Preise vergleichend auf den Tisch kriegen, und das sind auch genau die Preise, die du dann kriegst, wenn du das Auto mitnehmen willst. So, da hast du deine ganzen Informationen, und was machst du jetzt? Genau, du lässt mir schön ein Abo da, und sagst, wie geil ist denn die ganze Scheiße hier, die du dir verdienen, macht. Und deswegen habe ich dir vorbereitet, wieder ein paar schöne Bilder, mit der geilen, geilen Abo-Glocke, kannst du schön draufklicken, wehe, du tust es nicht, kontrolliere ich nämlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.